IT of Zurich, but also Stores, also Geschäfte, dann hat es viele IT-Firmen, many, many IT-Companies. And do not ask me for the average income, because you can just as well ask me, how long is a piece of string? Sie können gerade so gut fragen, wie lang ist denn ein Stück Schnur? Es ist einfach so...